Hallolüter, EZ, EUG-EIL! Eile Mario. Eile Mario! AHHH! BOMBUL DORK, GET ON THE FLOCK, EVERYBODY WANT THE DINOSAUR! Unser erster Diplodocus, Let's play Art... Hallo Leute, heute...? Heute tame ihn wie ein Diplodocus, ich bin schon richtig aufgeregt. Ich auch haha, yes! Was brauche ich für einen Speer? Äh, einfach nur Holz und Stroh, glaub ich, und Fasern. Äh, nein, und Feuerstein. Ah, Feuerstein. Ja, Feuerstein, einfach Spitzhacke. Ja, rufst du einfach mal Fred an, ja? Ach, hack dein Maul, Julio. Das fand ich dank eigentlich. Erstmal Parasau... also... Ab Level 15 gibt's neue Sättel. Und die müssen wir uns auf jeden Fall gönnen, weil die sind lecker. Das wir mal... Lecker? Was? Ja. Wie sind die lecker? Ja. Ja, das ist Crowney Sprache. König die Sprache? Nee, Crowney. Sexuell lecker. Bist du dumm? Wer ist das? I want to die! Das ist so ein Typ, der immer so ist, die das Go-Case-Openings macht. Also, der wird halt immer von Seiten gesprungen. Ja, der ist übel rich, der Typ. Nee, der ist nicht rich, der kriegt einfach von Drake Mode oder so 500 Dollar auf seiner Konto. Seben, er hat wieder sehr intelligent gebaut. Oh nein, Marc, das ist nicht verstanden, der ist übel riched. Ja, riched. Genau, und dann macht er so Videos, wie er Kisten öffnet auf irgendwelchen Gambling-Seiten und dann, wenn er verkackt, oh, oder wenn er so viel gewinnt, so, oh, das ist ja übel riched, das ist richtig sexuell. Er meint riched. Und wenn er verliert, sagt er immer, boah, richtig bruchgegangen heute. Er meint, er meint halt rigged. Und sagt immer riched. Rigged, riched. Richtig riched die Seite. Oder er sagt die Tech-9-Fuel-Injektor. Und das ist immer sexuell, glaube ich, bei dem. Youtube. Ist der bekannt? Ich schau den. Ist der dumm? Ja. Lass mal Beef starten gegen mich. Ja, Alter, echt so. Ich verlinke euch den Kanal-Namen, äh, den Kanal-Link hier unten in der Videobeschreibung, ne. Ist er öffnet. Hä, wieso nicht? Echt? Denkst du da dran? Ja, okay, wahrscheinlich schon. Du bist nicht der normale YouTuber, der nicht gattet. Wie heißt der Typ normal? Crowney. Ist der lustig zu schauen? Der ist echt witzig, der ist sexuell lecker, zu schauen. Wollen wir den vielleicht nicht roasten, so? Ja, wir starten einfach Beef gegen den random Typen. Jo, der scheiße, weil der, äh, der spricht komisch. Dann hat er seine Kumpels die Orgo. Der, der, nein, 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 der nutzt seine Community aus. Das ist immer, das ist immer gut. So kann man immer erst mal anfangen. Und vor allem das geilste ist, der hat immer so seine vollidioten Kumpels mit dabei. Die sind alle genauso dumm wie er. Und schon, die sind eigentlich nur im Hintergrund und labern dann immer ein bisschen mit. Alter, lass uns den ersten Reit-Dino CL500 nennen. Ja, Mann. Lass mal das Dodo töten, damit wir Fleisch haben. Wow. Der will mich verklauen. Das sind zwei. Ich wurde ausge-, ich hab mein Holz genommen. Ich und mein Holz. Holz, 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 Holz. Ach, der fuckt mich da. Verpisst euch, ihr seid nervig. Arschloch. Ich kämpfe, ich kämpfe nicht gegen die, die sind langweilig. Implementiert sind so eine Kacke, ey. Wir werden angriffen von Menge Neures. Wir werden angriffen von Menge Neures. Leute, wir werden angriffen. Wir werden angriffen. Alter, komm, nee. Alter. Ich bin hart am sterben. Ich auch. Ich auch. Nein! Hey! Retreat! Nein! Von was? Oh, Leute, von Ameisen. Wie mach ich mir einen Knüppel? Craften. Ja, wow. Du Fotze. Ja, du musst, es gibt keinen Craften wie Minecraft. Du machst ihn halt einfach. Du craftst ihn. Ja, was braucht man dazu, Mann? Das steht daneben, wenn du draufziehst. Ja, schneller wär ich gewesen, als wenn du mir das gesagt hättest. Holz. Ohne mein Holz. War nicht so schwer, oder? Du, 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 du. Könnte man auch selbst draufkommen. Netter Mensch. Wer? Hier ist einfach kein Holz. Warte. Ich, ich und nicht mein Holz. Zwei Rollenfilets. Kommt einer mit. Theodoros, Soos, Justus. Theodoros, Justus heiß ich. Ja, komm her. Wo bist du? Was machst du? Was willst du? Da, komm. Heilt dein Maul. Hallo, ich bin ein 8-Klässler. Ich schicke dir jeden Abend Snaps mit Gute Nacht. Bist du schwul, oder was willst du? Jünger und gestern schick dir an dem so voll komischen Snaps. Ich glaube irgendwie, let me tickle your asshole, oder so. Alter. Wo ist denn das ganze Feuerstein hin, was wir hatten? Fred. Voll Fred. Ich lebe nach dem Codex. Ich lebe nach Code. Ja, das ist hoch. Scheiße, mir jeden Sack auf die Hand und ess den. Niemals verdammtes Fleisch wegschmeißen, ja. Flut es in, äh, Mörser und Stößel rein. Gut, no. Es wird meine Mörser in die Stößel, nein. Journey Five. Lockerbleiben. Lockerbleiben. Brauch Leder, Leute. Können wir mal ein bisschen was schlachten gehen? Leder, Leute! Einmal schwer. Alter, Marc, kannst du bitte mal auf... Ich sag' einmal sperren, du hast... Ich hab' einmal drauf gespürt. Nein, es kam nicht die Nachricht, dass er uns umgebracht hat. Ich hab' literally einmal gespürt. Unser Content wird gespürt, wenn du weiter noch N-Wörter droppt. Halt dein Mord, du n***. Boah! Alter! Das kommt bitte rein, um mit so nem Zinsurt-Pieten oder sowas. Digi, lass das mal tamen. Okay. Vergiftet. Scheesh! Digi, das tamen wir. Ja, wie, wann? Jetzt! Jetzt? Jetzt! Ah, bist du... Noi. Was? Die sind alle vergiftet worden. Wer hat die Lüge gebracht? Alter, bitte, Leute, macht euch nen Knüppel. Und hört auf die Scheiße, umzubringen. Wie sollst du in den Händen, Alter? Wie sollst du hier liegen? 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 Das ist jetzt grad einfach Ravioli mit Händen, Mann! Ravioli, Ravioli. Wie sollst du hier liegen? Ne, Juri dabei. Was nen Dino-Dans vergiftet, das liegen wir hier alle im Kreis. Ähm. Ah, date mir 19, du hast vorausfaschen, ähm. Alter, weißt du an wen nicht, an wen Luis erinnert manchmal, wenn er so rülpst und dann rülpst? An Rick. Harrison. Oder hat, hat jemand von euch Rick & Morty gesehen? Ne, aber Harrison hab ich gesehen. Bist du du? Oh. Oh. Äh, heh, heh, ähm. Leute, ich hab, äh. Oh, wow. Vielleicht, die Treffwungen, am falschen Dino, und ich hab den falschen Dino getroffen. Was hast du gemacht? LOL! Ach du nicht, Fotze, Alter. Der greift mein Haus an. Oh nein, er geht auch nicht. Okay, in dieses Mal kriege ich tausend. Das ist echt geil. Mein Gamepad ist ja noch angeschlossen. Sollte es mich drehen, als ob der Tisch kann jeder. Na, Leute, also dann, gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht, bis morgen, Mama. Ja, hören wir dann auch drauf, oder? Ja, klar. Ja. Wenn ein Ferget geht, dann gehen wir auch. Wer Ferget kommt, sind allein. Ein Soos kommt selten da rein. Soos.